Eine Gruppe sollte heute Abend dabei sein mit einem Titel Fürstenfeld. Die Gruppe heißt STS. Sie hat uns mitteilen lassen, dass dieser Titel nicht ihre typische Musik ist. Eine Ausrede, die ich für ein bisschen, naja, so halte. Und ich kann nur eines sagen, wenn ich den Namen der Gruppe einmal anders deuten sollte, nach dieser Stellungnahme von der Gruppe, kann man eigentlich nur sagen, eine sehr törichte Stellungnahme. STS meinte mit dem Titel nicht zu kommen, sicherlich viele Fans zu Recht enttäuscht, aber was sie davon halten, wissen sie sicherlich selber. Die nächste Gruppe heißt Hubert K. und schon wieder ein Erfolg nach Engel 07, nun der neuste, wenn der Mond die Sonne berührt. Hubert K. Weiß nicht wie du heiß und roh und mundst, ganz im Roskog von dir, da stand du kurz zu mir, denn der Mond die Sonne berührt. Einerseits, ich komm nicht an, andererseits, ich fang schon an, zu den Sternen zu sehen, übersinn mich, wieder muss ich hier noch warten. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Und wenn es nicht zu schön ist, sind sie den Sternen zu sehen. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Und wenn der Mond die Sonne berührt, dann will ich nur für dich da. Das war Hubert K., wenn der Mond die Sonne berührt.